Kein schönes Geschenk zum 50. Sie haben mich entlassen. Darüber hätten wir doch erst reden müssen, du kannst doch nicht gleich einen Transporter kaufen. Von der Arbeitslosenunterstützung kannst du nicht bezahlen. Das war aber eine gute Gelegenheit. Ich habe doch keinen Fehler gemacht. Oder glaubst du das nicht? Ich weiß nicht, Vati. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Aber du musst dir doch darüber Gedanken gemacht haben. Ich bin im Neuen in der Branche. Haben Sie einen Kassettenrekorde im Auto? Ja, habe ich. Dann schieben Sie diese Kassette ein und spielen Sie die Musik laut, damit wir sie alle hören. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020